Der schönste Tag in der schönsten Location. Sich das Ja-Wort geben. Das geht nur an einem Ort, der genauso einzigartig, stilsicher, hochherrschaftlich, exquisit und fabelhaft ist wie Sie. In Malentes Theaterpalast, der unbestritten, valentös-bravourösesten Hochzeitsfeierstätte NUMERO ONO in Bonn und der ganzen Welt. Feiern Sie den schönsten Tag Ihres Lebens in unserem historischen Spiegelzelt. Nirgendwo sonst kann man schöner zum Ja-Sager werden. Hören Sie das Raunen der Gäste, wenn sie diesen herrlichen Ort betreten? Das Klirren der Gläser, wenn auf das Hochzeitspaar angestoßen wird? Und die Musik, die erklingt, wenn sich die Tanzfläche füllt? Was für ein märchenhafter Traum, getaucht in rotem Samt, eingerahmt von glitzernden Spiegeln und gestaltet im Stil des Art Deco. Wirklich nur ein Traum? Aber nein! Malentes Theaterpalast macht Ihnen wahr. Sie müssen nur eins dafür tun. Sagen Sie, ja, ich will. Herzlich willkommen in Malentes Theaterpalast, dem schönsten Ort für den schönsten Tag. Wir freuen uns auf Sie. Wirklich nur ein Traum, der ich mit mir verletzen kann. Untertitelung des ZDF, 2020